Musik Hallo Leute, ich spiele Cable Buncher Und ja, gerade ist ein, und es hat gerade ein Village Raid passiert Und das Dumme ist, keine Waffe Doch, habe ich mich jetzt! Musik Super! Das ist meine Seite Und jetzt go ein Ich habe ein paar Musik 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 Wann ist es rein? Wann ist es rein? Wann ist es rein? Wann ist es rein? Ich habe Mooncake-Gonase. Was ist das überhaupt? Ich check nicht was das ist. Das sind Granaten, aber in einem Mooncake? Hä, was ist denn bitte ein Mooncake? Ach so, ja. Das ist von einem japanischen Pieß drauf. Sag mir nicht, das ist ein Kamikaze. Ja. Das ist ein Kamikaze. Ach so. Oh. Der hält was. Der hält... Der hält... Er hält ein Stück Ast. Das kenne ich. Diese Taube kenne ich. Ey, ich bin Batman. Batman. Batman macht das nicht. I'm Batman. Und dann... Guck mal, ich schieße einmal auf einen Block. Und das fliegt schon so. Okay. Okay. Wie viel Damage macht das an einer Kuh? Ich weiß nicht. One shot. Two shots. Two shots to kill cow. Also zwei Schüsse, um eine Kuh zu töten. Und keine Babykuh. Was ist denn da passiert? Junge, das sieht so aus, als hätten... Im Plünderer... Gerade das ist hier so richtig in die Luft gesprengt. Warte. Ich weiß... Wie man noch helfen kann. Bei dem gesprengten Teil. Damit es von Erdboden verschwindet. Dann braucht man noch... Wo sind die Raketen? Da... So. Dann brauche ich noch... Ein Flamethrower. Okay. Jetzt mal alles anzünden. Wenn die Pyro ist, dann zeigen wir wie Pyro ist. Pyro. Pyro Tf2 We did it Scout Night Scout Night No, I ain't talking about that freak, all right? He's not here, is he? How do we get this thing off? One shudders to imagine what inhuman thoughts lie behind that mask. One dreams of chronic and sustained cruelty. Oh, my God. Oh, my God. Musik 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 Und das erinnert mich an das. Fucking ich bin jetzt Firewaller. Aber in Wirklichkeit. So, gleich wird's im Essen oben verschluckt. Ich konnte die Map wieder herstellen. So, aber... Ich habe eine Axt, dann habe ich den ganzen Ding. Axt, 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 Axt. Axt, Axt, Axt. Axt, 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 Axt. Wo ist der? Nein, dann nehmen wir den Hammer. Eigentlich können wir mit dem Hammer, Leute, richtig draufklacken. Nein, nein. Wir nehmen den anderen Hammer. Nicht den sowjetischen Hammer. Das ist ein sowjetischer Vorschlaghammer. Das ist ein normaler Hammer, du. Guck mal. Es ist fertig. Okay, ich brauche noch ein paar Sachen an dem. So, ist fertig. So, kleiner. Ich muss euch vorstellen, dass die Tiere in Minecraft einfach ein Nest machen könnten. Einfach so, dass du Vögel ein Nest machen könnten. In Minecraft-Dammel hast du noch cooler als alles. So, kann ich auch nicht sehen. Ich bin gerade auf der Afrika-Seite, ne? Der ist so ein Afrika-Seite, ne? Ja, das ist so ein Afrika-Seite. Ja, das ist so ein Afrika-Seite. Es ist super. Ja, ich bin großartig. Bis dann. Oh nein, ich mache mich nicht mehr. Rocket, jump. Ich versuche mal jemandem so ein Ding zu tun. Warte, ich kann wirklich rocket jumpen, nur ohne Raketen. So, gab es hier irgendwo irgendwelche Sachen? Wo ist die Waffe? Da, dreimidimensionaler irgendwas, ich weiß. Schalti Backstab! Egal. So, das ist eigentlich die Modne. You believe in magic? Na 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 na... Na 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 na... Hehehe 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 So, wann das ist jetzt Der dritte Der dritte Das ist gerade Und das ist klar Und das ist klar Der hat hier Village ausgeschaut Und ich lächle gerade eure Village aus Ich weiß wie ich wird Von dem Dings Von dem Dings Wie ich den killen kann Ich weiß wie ich wird So, will dann Wenn ich Pyro würde ich auch alles Jetzt so in den Plan stecken Weil so kriegsschmerkel Nein Spaß Also Also ne Stellen wir vor Diese Match ist wirklich Oh Dieser Match Ist wirklich In 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 Da hat einer überlebt, aber ihr wisst ja, er denkt sich so, dass das fliegende Babys sind, deswegen... Und tschüss! Was ist das denn, dass das nicht gesehen hat? Halt! Greenbees! Ach, scheiße, ne? Die haben gerade die Umwelt verschmutzt! Scheiße! Das ist mein Pies der Babs! Das ist mein Spiegel! Ich muss noch kein Gemüse in den dran stecken, aber wenigstens noch! Das ist mein Spiegel! Ja, das ist mein Spiegel! Das ist mein Spiegel! Das ist mein Spiegel! rausgelassen. Man-Marketing. Warte. Ich mach wieder Man-Marketing, okay? Man-Marketing. Mann! Ich muss es noch mal machen. Wird er da einmal stillstehen? Kann ich den nicht zum Stillstehen bringen? Bleib doch einmal still, du dummes Ding. Hey, bleib einmal still. Das Ding. So, jetzt mach ich einen sehr, sehr guten Man-Marketing. Marketing-Guardian. Ich finde den Weg nicht mehr da. Warte. Das stilt nicht. Das stilt nicht. Nochmal. Ah, verdammt. Ich hab's geschafft. Man kann Man-Marketing-Guardian machen. Ich bin der freundliche Pumuckl aus dem Nehmann und töte dich ja. Ich bin der böse aus dem Nehmann. Ich krieg hier alles gerade. Dann bin ich der Weg. Ey, das ist ein Wallhack. Ähm, Ding. Wallhack ist quasi. Ich mach mal wirklich jetzt Man-Guardianing. Nur mit einer Schaufel. Weil Ja, wisst, mach das nur mit deiner Schaufel. Ja, das ähnelt sogar noch. Yay. Pass auf. Stimmt mal. Ich mach's mal kurz. Das ähnelt fast Man-Marketing. Stimmt mal. Zack. Hier. Alles andere weg. Alles andere weg. Ich mach mal kurz Man-Guardianing, wenn ich irgendwas gesehen hab. Da. Äh. Äh. Bam. Juhu. Oh. Man-Guardianing. Man-Guardianing in der Haus. Alle. Ich versuch gerade Tf2 in Minecraft zu spielen. Wusstest du, was ich sag? Sieht so ein Mr. Pig. Yay. Da ist ein Schwein. Äh. Verdammt. Ich fliege jetzt so hoch. Oh. Man-Guardian. Ah. Oh. Oh. Untertitelung. BR 2018 Was ist mit der Welt? Hilfe! Eispflege und sonst... Der Regen ist ja... Der Regen ist realistisch! Ja! Ich muss mir jetzt hier kurz mal bespauen. Es wird noch richtig kalt. Deswegen machen wir jetzt ein Lagerfeuer. Und Leute, wenn ihr mehr... Dings sehen wollt... Ihr wisst schon was... Wenn ihr mehr von... Äh... Ja... Wenn ihr mehr von... Irgendwelche Mod Showcase sehen wollt... Dann... Seht ihr Bescheid... Dann... 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 Vielen Dank.